Als Christeville wollen wir gemeinsam Jesus erleben. Eine Generation mit den Themen ihrer Zeit herausfordern und sie befähigen, ihr Umfeld positiv zu verändern. Unser Traum ist es, dass das Christeville junge Menschen inspiriert, ihren Glauben authentisch zu leben, sich den Fragen dieser Welt zu stellen und wie Jesus zu handeln. Wir wollen zusammen mit dir diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. Christeville 2022 startet jetzt. Und wie war's? Supergeil! Christeville 2022 in Erfurt. Ich glaube, wir feiern das Leben.